So, pam, badam, badam, pam. So. Ich falle erstmal wieder runter. Das soll jetzt auch noch was sein. Was war das gerade für ein Ruhige? Keine Ahnung. So. So, 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 so. So, so, so. So, solange da eine Wand ist, ist alles in Ordnung. Da ist wieder der Mond. Dann gehe ich da gerne hoch. Jetzt kurz ein bisschen fallen. Halt, 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 halt. So, hoch, hoch. Hoch. So, jetzt. Darüber. Nicht so weit springen. Das wieder mit. Dann da rüber. Nicht so weit. Ich möchte gerne die Datensammlung mitnehmen. So, hier. Ja. Und hier hoch. Und Checkpoint aktivieren. Uiuiuiui. Ich glaube, das war ein bisschen zu weit. Braucht nur ein bisschen. Ja. So. Also neue Sprunghöhe ist sehr, sehr, sehr hoch. Ich glaube, dann reicht das, wenn ich hier normal springe. Ich bin ein bisschen zu weit gesprungen. Soll ich nicht runterfall. Das wird auch egal. Aber jetzt falle ich runter. Okay. So. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Hoch. So. Gut, gut, gut. Das wäre jetzt wieder fast in die Hose gegangen. So. Ich kann nicht. Also da hoch. Und wieder vorbei. Einmal bitte hoch. So. Dann mit David hoch. So. Nicht zu weit springen. So. Dann. Springen wir mal vorsichtig aber da hoch. So. Und, 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 und. Scheiße, das ist nicht weit genug. Ah, ich fahre schon wieder. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Ach Gottchen. Huch. Sorry. Was stehst du da auch rum? Ich würde gern zum nächsten Checkpoint. So. Nicht zu weit springen, Mitch. Ich müsste ja nicht da hochkommen. Uh, doch nicht. Die folgende Sendung verschiebt sich um drei Stunden. Das ist gar nicht so einfach, wie das aussieht. Man muss richtig abschätzen können, wie man am besten springt und wie man seine Kräfte am besten einsetzt. Das kann ich ja schon ganz gut. So. So. Halt. Nicht runterfallen. Dann da hoch. Sollte ja mit dem aufgeladenen Sprung auch nicht das Problem sein. So. So. Wenn man sich konzentriert. Da funktioniert das auch. So. Den nehmen wir mit. Ähm. Uhu. 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 Sonst raste ich gleich noch raus. Wupp. Schaffe ich nicht mal das mehr? Ärgerlich ist bestimmt. Da war bestimmt gleich der nächste Checkpoint. Und ich erwische den einfach nicht. So. Jetzt aber wieder hier rauf. So. Hier rauf. Darauf. Nicht zu weit springen. So. Dann da rauf. Zu weit springen. Moment. Moment. Ich bin jetzt mal wieder lebensmüde. Schön aufladen. Los renn. Spring. So. Jetzt springen wir hier hoch. Wie ich hochkomme ist ja egal. Hauptsache ich komme hoch. So. Bitte. Einmal. Hier hoch. Dankeschön. So. Tschüss. Wie komme ich jetzt am besten weiter? Wahrscheinlich hier rüber. Jupp. Und voll vorbei. Uhu. Ich falle. Ich falle. Ich falle. Bitte hochboppen. Danke. Ich will doch ein bisschen Anlauf nehmen. Äh. Uh. Schöne Aussicht. Wow. Der Wunsch. Nee, 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 nee. Wenn, dann wollen wir wieder ganz von unten anfangen. Also diese Türme zu erklimmen. Das ist schwerer. Als es aussieht. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich muss da nur irgendwie hochkommen. Wie, ist ja egal. Und wenn ich mich hochschrummel, das ist mir egal, weil das funktionelle Springen auf die Dinger funktioniert bei mir nicht. Checkpoint. So. Diese Plattformen sind nicht gerade klein, aber ich schaffe es ja trotzdem mal wieder darüber zu springen. So. Nein, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht so, wie es soll. Ich mache ja sowieso alles hier, wie ich will. Das ist mein Let's Play. Wenn ich hier an der Seite hochspringen will, dann will ich hier an der Seite hochspringen. Ich muss nur den richtigen Punkt finden. Jetzt habe ich mich in die Wand gebackt und schon mich... Ist doch gelacht, ey. Und dann springe ich wieder runter. Yay! Moment. Ich gehe mal kurz zum Checkpoint. Bin ich oben und springe ich wieder runter. Ja, super. Das kann nur ich. So. So. Also es geht. Man kommt von hier da hoch. Und jetzt nicht springen. Nicht! Olle, warum tust du das? Ich habe nichts gedrückt. Ich habe weder springen gedrückt, noch habe ich laufen gedrückt. Sie ist einfach runtergerutscht. So. Dafür konnte ich jetzt aber wirklich nichts. So. Nochmal. Ich will doch nur die Daten hier haben. Meine Fresse. So. Und jetzt möchte ich gerne da hoch. Und tata! Schwere Geburt, aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft! Wuhu! Ging das andere noch? Ich weiß nicht mehr, welcher Tast... Egal! Hier, mach mir den Turm wieder. Und das ist nicht mehr. Ja. Habe ich das richtig gesehen, dass wir das doch dreimal machen müssen? Eins, zwei... Weil da zwei von fünf stand. Da muss ich hin. Ganz ehrlich, Hilfe. Ich mag Turmsprung nicht. Nein, ich mag Turmsprung nicht. Sturmsprung ist nicht gerade... Wo ist sie? Wo? Okay, mit Fäusten geht das nicht. Okay. Aua. So. Da noch welche. Hier, da. Ich hätte gerne die Gesundheit. Dankeschön. Meine Fresse. Ich vergesse immer, dass ich das... Den Eisblast habe, ne? Und wieder schütteln. Der ist ganz schön hart. Ich sollte vielleicht mal die hier wieder nehmen. Die macht nämlich schon schön Schaden. Huch. Das wollte ich nicht. ein bisschen schütteln. Hm. Ähm. Ich schaue mal. Ich schaue mal ganz kurz auf die Karte. Und wir werden... Sind die jetzt alle abgeschlossen? Oder wieso ist da ein Schloss davor? Kann ich da nicht hin? Oder muss ich die jetzt freischalten? Schauen wir mal eben. Ich würde mal eben ganz kurz meine Waffen aufwerten. Weil ich habe so das Gefühl... ...dass ich das sonst nicht schaffen werde. So, ich gucke sie hoch. Ein paar Polizisten. So. Doch, klar. Okay, das kann ich so noch nicht machen. Deswegen. Autsch. Deswegen ist da ein Schloss vor. In der Luft getroffen. Gut, dann müssen wir es so machen. So. Einmal bitte aufladen erst mal. Und dann... Wie viele sind denn das überhaupt? Einer ist da hinten. Einer ist da vorne. Nice, relaxing drive. Sollen wir ihn kurz rüberspringen? Dankeschön. So. Ups, wo schieße ich denn hin? Ähm. Ähm. Du siehst sehr vertrauenswürdig aus. Zwei sowieso. So. Erstmal wieder weg. So. 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 Kriegen wir doch jetzt mal endlich tot hier. Meine Fresse. So. So. Okay. Gehen wir zurück zu Kiew. Jetzt fäng ich hier schon wieder. Leute, hier sehen auch alle gleich aus, ne? Ohaoha. Ich hab auch ne Menge zu lernen, das tut mir leid, aber ich geb mir Mühe. Das ist sowieso das allererste Mal, dass ich so ein Genre spiele, also bitte verzeiht mir das. Ich bin das nicht gewohnt. Hallo, ich bin Nintendo-Zocker. Da gab's sowas früher nicht. Allerdings gibt's das sogar. Weil die ja auch andere Sachen. Schneidspiele rausbringen. Wo ich auch schon... Manchmal denke ich so, okay, das ist eigentlich nicht sehr Nintendo-typisch. Aber was sie tun ist... Was nicht schlimm ist. Aber manchmal denke ich doch echt so, okay. Auch mal was Neues. Auch mal was Neues.